Let's see if you're right now, come on! Klänge und Sounds, Lieder und Comedy stehen im Mittelpunkt des Bochumer Musiksommers im September auf dem Boulevard. Die Electric Lounge über den U-Bahnhof an der Kortumstraße bietet akustische und visuelle Erlebnisse zu elektronischer Musik. Die Straßenmaler vom Regenbogenpflaster und zahlreiche weitere Aktionen fügen sich zu einem bunten Programm. Viele Sängerinnen und Sänger besteigen beim Musiksommer Bühnen, auch die Chortreppe an der Pauluskirche.